Herzlich Willkommen zu einem weiteren FIFA 16 Let's Play mit dem Herrn Vega. Moinsen Leute, Leute, Leute. Er spielt mit Conny Spur und ich mit Bristol Roas. Und die Trikots schauen wieder fast gleich aus. Nein, ich bin grün. Hä? Was? Scheiße, ich dachte du bist jetzt die Blauen. Ich bin grün. Ich hab's versucht, dass es nicht gleich aussehen. Die anderen wären noch ähnlicher, noch ähnlicher ausgesehen. Trotzdem, die schon noch ähnlicher. Entschuldigung, wenn das Wetter so komisch ist und so. Diesmal ist es aber kein Regen. Zum Glück. Und ich hab alles bei dir da drauflegen. Block mich! Ja. Du kleiner We... Du hast nicht... Halt die Scheiße. Wenn du ins Außen mit dem rennst. Aber ich hab keinen Außenspieler. Also ich darf nicht mehr auf die Außenbahn schießen. Hä? Genau da kommt du, weißt du. Und tschüss. Wie sollst du den Torwart nicht drin lassen? Weil der Scheiß ist. Abseits, er hat die Hand gehoben. Was tue ich hier? Scheiße. Echt der Abseits? Ja. Lol. Das hat man doch gesehen. Das hat man doch gesehen, dass deine Spieler weit mehr vormann als meiner. Meiner war schon hinter deiner Linie. Das sehe ich. Manchmal kann es auch Abseits sein, dass Torwart das letzte Mann bewertet. Dass der Torwart das irgendwie bewertet wird und dann, dass du kein Abseits siehst. So nah. Ich verstehe das. Aber ob und so verstehe ich nicht, wie der die Foul gewertet wird. Weil das war jetzt auf jeden Fall ein Foul. Nein. Da war kein. Hä? Das war ein normaler Pressball und ein Spiel ist hingeflogen. Warum ist da keine Sau? Ich hoffe, ich gewinne diesen Bart einmal. Einmal? Ich hätte letzten 20.000 gewonnen, Alter. Nein, du darfst das gewonnen, nicht. Fuck, Alter. Ich dachte immer, du bist easy zu besiegen. Weil? Ich dachte, ja du, Fifa. Ja, ich mag Fifa eh nicht, aber spiel kann nix. Was? Verpiss dich. Der düster Weike. Hör! Er kann es nicht lassen, auch wenn wir es ausgemacht haben. Er kann es nicht lassen. Hey, ich habe ihn nicht mehr bewirrt. Frechheit. Frechheit. Frechheit sagte er. Der vorige Bart war echt legendär. Oh shit. Oh shit. Nein, 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 nein. Ich bin viel schneller. Ja. Witzigerweise. 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 Ich weiß nicht, wie ich da ein Tor schießen soll. Sie kennen. Nein! Ich... Es war Foul. Ein Scheiß war das. Du bist gleich so ein Foul. Ich bin so froh, dass ich ein Dienstmittel fände und ein Rechtsmittel fände. Ach, ich habe ihn schon wieder. Ach du Scheiße. Ich kann sogar auf die Außen nehmen, weil ich habe schnelle Spiele auf die Außen. Das ist ja schön für dich. Verpiss dich. Rot. Nein, nein. Rot. Schade. Einfach nur Rot. Schade. Ah. Ja toll. Da tilgst du mir jetzt auch wieder fliegen. Hey, da ist Don Parker. Was? Ja, mach einen auf Peter Parker, ist klar. Nein, Don Parker, sagst du. Ich mag es, wenn du auf die Außen nennst, dann kann ich dort immer fallen. Und dort machst du ja nicht, du, oder? Mhm. Kannst du mich mal. Ja. Am vorigen hattest du nur Glück. Ich habe immer bei jedem Ding, wo ich gewinne, habe ich Glück. Ist das schon mal aufgefallen? Bei jedem Ding, was ich gewinne, habe ich Glück. Egal. Das ist immer so. Das ist eine beste Ausrede. Ja. Ja. Hätte ich meine drei Chancen oder so genutzt. Schieß doch. Was ist denn so? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Was zur Hölle Wanda? Was ist das los? Was zur Hölle Wanda? Was ist das los? Ohne Spaß, was war das? Ha? Ich gebe dich mit seiner Hand. Was war das?! Ich dachte der hat schon tausendmal ein Tor und nicht ein... Hä?! Ja, ich frag mich auch, mein Spiel ist weggerutscht Alter. Ey, willst du mich jetzt verarschen oder so? Ne, ich bin zu noch so einen kleinen Bastel-Kotter. Alter, das ist doch nicht wahr, oder? Das ist doch nicht wahr... Was war mit dem Torwett los? ich weiß nicht, wo ich hinpassen soll, weil die Trikotschreiße gleich ausschaut jetzt schuldige und dann nimm du mal ab bessere ich will jetzt mal wieder gewinnen ich muss an meine Grenzen gehen er spielt mit einer guten Mannschaft und hat noch immer kein Tor halt die Klapp, ich versuch's hä, du brauchst mal mein Tor hinten drauf ja, wenn ich mal so weit kommen würde kommst du? du warst zweimal vorm Tor wenn du sie nicht nutzt, kann ich doch nichts drauf führen alles klar JA! was für ein Tor, wann ist denn das, der was dir nicht hält? ja hey, ja meine Dudes stolpern einfach über sich selber guckt euch das doch an alter, der Typ ist stolper zu alter wie schlecht sind die it's me, Mario man kann auch mal weiter drücken irgendwann ey, wie bescheuert seid ihr, ohne Spaß ich bin so froh, dass ich diese Mannschaft habe, danke oh mein Gott erst mal zum Schluss faunschön, zahmmer das ist nicht ganz nichts verloren ja obwohl die Trikots schwer zu kennen sind, ja das wäre jetzt wirklich ein Glückster von mir ach das wäre jetzt mal ein Glückster? ja aber mit Glück habe ich nicht gewonnen, wenn deine tut sich Alter wenn deine, wenn deine Spieler sich über, über die eigenen Füße stolpern, dann weiß ich auch nicht mehr weil dagegen kann ich auch nichts tun GAS! ELFMETER! NEIN! herzlichen Dank! echt jetzt gut? ja 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 ich hasse alles, ich hasse, ich hasse diese Scheißgel ja hm Elfmeter geht rein nix geht rein hä? ja was ist mit deinen Spielern? bitte tötet mich, ohne Spaß deine Spieler sind heute was ist mit dir? verpisst dich mach was ist mit deinen Spielern los? die brauche ich ja nur leicht berühren hä? boah ich kann jetzt schillen bin mal ein bisschen auf Zeit muss ich jetzt machen als Rache für das was er immer wieder gewonnen hat oh ja danke Ecke wirst du nicht rein machen Ecke was? hä? weiß ich nicht, ich hab keine Ahnung nein bitch du kleines Wichskind, Alter das war aber jetzt nur Glücksdorf und dir ja natürlich der Glücksdorf, eh klar ich weiß nicht mal was du getan hast bei deinem ey? da kann ich nichts dafür lol oh mein Gott du gehst wieder durch einen Elfmeter ist ja klar hättest du den vorigen Reingemacht dann wärs gleich jetzt gestanden dann hättest du diesen Elfmeter nicht bekommen ja ist ok komm heul ein bisschen ich wollte ihn eigentlich weiter ey ist das nicht euer so zu setzen Murf doch deinen fetten verfluchten scheißrecks Arsch amana können sich deine Spieler wieder über den Haufen rennen bitte ich glaube du bist doch krank der Dude geht mit vier Leute gegen einen dein Ernst? oh was machst du? das machst du auch gerne, oder? das fragen jetzt mal irgendjemand irgendwo eigentlich nicht hab ich jetzt Glück gehabt ja ey wenn ihr Elfmeter macht mach ich einfach Longshots und die gehen immer rein zum Glück ist von mir da mitten keine Sau alles frei easy ey ich dachte mir ja ähm schieß wir mal ich dachte mir der Gitter neben ja Zeit für den Joker Stürmer hey wo bin ich? also hier bin ich äh das war's oder? ok I don't know ich weiß nicht wer heute gewinnen wird aber das bin ich das war's so nicht mehr das war das jetzt du bist nicht angeschossen was willst du du willst immer diese gleiche Scheiße machen ich kenne dich eh genug du hast nicht mehr lange Zeit hä? Ich würde jetzt so lachen, das wäre so Karma. Was? Wenn ein Tor passiert, nicht schon wieder ein Tor. Wenn der wieder 3-2 ausgeht, dann frage ich mich wieso. Oh. Hä? Was ist mit dir? Ey, er heul herum. Mein Gott. Ich weiss nicht wieso er jetzt gepfiffen hat. Ich auch nicht. Move jetzt. Okay. Ist mir egal. Ist mir egal. Oh mein Gott. Ich wollte den alle nicht paulen. Oh mein Gott. Ihr seid doch sick. Seid ihr alle, ihr Wichser, ihr verschissenen Arschläucher. Oh mein Gott. Danke, dass du drüber hüpft bist. Danke Junge. Danke. Zack. Ich dachte schon wieder, der geht im Nachbucksehude, Alter. Ohhhh. 3-2 auswälten wir. Und nicht 3-2 wie die letzten Barz. Kann das sein. Was? Du hast mich gefoult. Gib dir da so ein V, Alter. Ich hab schon lange keinen Elfmeter mehr bekommen. Ich will wieder mal ein Elfmeter durch. Ohhhh. Pfff. Wie er, wie er Kreis bleibt. Ist mir egal. Wie er Kreis bleibt. Aha. Pfff. Nein. Ok. Ich weiß nicht was ich jetzt machen soll, aber das ist so. Nein. Ey ohne Spaß. Hä? Das ist unfair. Ohne Spaß. Echt ohne Scheisspaß. Dieser Wichser muss immer diesen Scheiss-Controller nehmen. Weißt du? Jedes Mal. Du schuldest mir so ein faschissenes Tor. Boah, du krieg ich jetzt auch voll, Alter. Das gib ihn mir bitte. Das ist unfair. Ach, echt? Bitte. Das ist unfair. Mann. Da krieg ich ein Hals. Sorry, okay. Da krieg ich so ein Hals. Alter. Und wenn du jetzt ein Tor... Was? Du spielst gegen Korn. Hä? Passt doch eh. Es passt alles. Hä? Nix, hä? Ach so. Ja, du musst aber die Kacke einsteigen. So lächerlich. Jetzt komm, jetzt machst du ein Tor. Nein. Dann krieg ich so ein Hals, wenn du immer meinen Scheiss-Controller anfasst. Ab jetzt bin ich fair. Mhm. Wirklich. Genau. Ab jetzt wirklich nichts mehr. Wahrscheinlich winst du eh du jetzt. Hä, wahrscheinlich hättest du das Tor eh nicht. Du hättest wahrscheinlich eh kein Tor gemacht. Das hast du schon mal bei Acting gesagt. Ich bin jetzt ein bisschen konzentrierter. Und jetzt, jetzt mach das Tor, jetzt mach das Tor, jetzt mach das... Das war gar nichts. Nein. Quatsch. Scheiße. Ich, so ein Anfall, Alter. Boah, das gibt so ein E-Rap im Video. Ich seh es kommen, Alter. Das gibt so ein E-Rap im Video. Wieso? Weil ich so geschrien hab. Bisschen normal. Würde ich auch. Das ist so assi, aber. Aber dass du meinen Controller weg nimmst, das hab ich nicht für dich gemacht. Weil? Nein, aber dafür... Du wolltest ein Tor machen, ohne dass jemand zurückgeht. Weil das Tor eigentlich meins gewesen wäre und ich bin so bescheuert. Das hättest du doch nicht gewusst. Wo? Tor, wenn ich jetzt gewinne. Boah ey. Komm jetzt. Mister. Ich weiß nicht, ob das ein Tor war. Was willst du? Wo kommst du? Das sieht so aus. Komm, ich faul am liebsten diesen Scheiß. Torwart ey, ganz ehrlich. Dann gehst du Gelbe. Nicht ein Freistoß. Geh ich nicht, wenn ein Torwart faul ist. Rote gleich? Kann auch sein. Boah. Boah. Alter, wenn wir... Mir kommt's echt zuvor, wenn wir zu lange FIFA spielen, wird's so aggro. Obwohl ich mir eigentlich vorgenommen hab, dass ich heute nicht aggro wär bei dem Scheiß. Hä? Hä? Ich weiß nicht, was mit meiner los ist. Puh. Hast du ja mal Glück. Ob das jetzt ins Elfmeterschießen geht? Ich hoff's nicht. Aber ich glaub's. Ich glaub's auch. Bewegt dich bitte. Ich hab' heute schon eingehalten. Ohne zu schauen natürlich. Beim Elfmeterschießen schauen wir immer weg. Aber ich kenne das auch wieder beim Elfmeterschießen schummeln wird. Yes! 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 Der Sieg ist mein! Freu dich nicht. Arsch! Doch! Jetzt geh weiter. Kann mir keiner erzählen. Es passt alles. Es ist nix hin. Boah, ich wollt mich doch verkacken. Ich hätte nie gedacht, dass der reingeht. Nie im Leben, Alter. Einfach nur auf gut Glück. Sack weiter. Sack da. Hitter, Hitter, Alter. Ich hab eh noch eine Halbzeit. Und ich hab schon... Ajo, scheiße. Kann man hier weitermachen? Ich spiel' nicht auf Zeit zum 50. Mal. Auch nicht, wenn du A-Club bist. Auch nicht dann. Boah, ey. Wait a moment. Ich muss vielleicht noch irgendjemand das jetzt nicht. Nein, was für nein? Sollte ich nicht. Super student. Ja, mach mir jetzt weiter. Was für nein? Bin ich eh froh, dass du den genommen hast. Weil... Ich hab ihn nur genommen, weil er fitter ist. Also alle anderen. Ne. Ich soll jetzt mal auf deine Position schauen. Weil du wechselst Spieler ein, die was verteidigen könnten. Und dann... Wirklich, das ist so. Ja, das ist mir völlig klar. Aber... Er tut Hand nehmen und es ist nix. Das macht uns akku. Ich hab so gelacht. Aber ich weiß wieso nicht, wer für was zuständig ist. Also von daher ist das... Warum kannst du nicht den anderen spielen? Oh Gott. Es gibt noch eine... 3 zu 2 ey. Ich flipp aus. Ja, hab ich doch gesagt. Es gibt aber vielleicht noch Chancen. Hey, das ist noch... Das war ein Fehler. Das war so ein Fehler. Das ist noch nicht ein fixer Sieg von dir. Hä? Was macht man dort? Es ist noch kein fixer Sieg von dir. Ja, das ist das Problem. Alter. Mhm, ist klar. Torwart, 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 Torwart. Danke. Bist du bescheuert? Ne, hab ich nicht. Ne, hab ich nicht. Ne, hab ich nicht. Hä? Oh Gott, ne. Komm, gib mir gleich ein Elfmeter. Okay, das geht. Nein. Ja! Ja! Der war drin. Ja! Das ist nicht... Ja! Es kommt echt auf Elfmeter. Nein! Ja! Ich dachte... Wie eng ist diese Scheiße? Anstatt, dass sie ihn hält. Anstatt, dass der Scheißwichser, dieser Hurensohn, behinderte, missgeboten Wichser, ihn hält, schießt einfach nur an... Alter, dummer Wichser! Also mein Elfmeter verkacke ich. Weißt du warum? Weil mein Tor war zu doof. Oh mein Gott, das wird wirklich Elfmeter. Das sieht so aus an Elfmeter. Das sieht so aus an Elfmeter. Oder außer du machst jetzt noch die letzten Minuten ein Tor. Was machst du? Du mit ein, was machst du? Du mit ein, was machst du? Okay, es könnte jetzt... Es könnte... Es könnte... Total! Nein! Nein! Hä? Echt das? Oh! Ah, du schießt nicht direkt. Ich fahr viel zu weit. Ich fahr viel zu weit. Ja! Ja! Elfmeter! Man muss echt antippen, das wird passiert. Wer schreit. Ah! Okay. Scheiße, der ist rausgeflogen. Okay, egal. Scheiße. Wer ist rausgeflogen? Der. Ja, dein Tu. Boah, ohne Spaß. Ich will nicht. Wir finden dein Tu? Ja. Wer wird gewinnen? Puh, du bist immer nur in die Mitte, oder? Ab und so, aber so. Du spielst immer rechts. Es passt alles. Ja. Ich hab keine. Nein! Läuft! Ist er da? Ja! Hallo? Okay, das wird aus. Ach so, ich bin. Ja, du bist. Loll. Die Aufnahme läuft noch. Really? Du hast deinen letzten Schuss. Okay, ich verkack's. Ich sag's doch. Der Torwart ist scheiße. Ja. Okay. Boah, Alter. Schöne. Meine Siegermucke und dann. Ich hab's mir gedacht, weil der Torwart ist scheiße, meiner. Ich krieg hier noch nen Koller, ey. Ist der Hölle? Der haut hier Songs haben wir noch nie in meinem Leben gehört auf. Wie hast du dir das überhaupt gedacht? Glück, oder? Oder? Weil Kontrollers nicht schauen können, das war Glück. Ja. Das ist unglaublich. Wieso? Ne, weil mir wurde es wirklich, dass du den, dass du den hattest. Ich hab nur Glück. Eben, das wundert. Boah, das wundert mir echt. Shit. Okay. Ich kann mich jetzt eigentlich auch nicht drüber aufregen. Megaabgibut mit der Mucke im Hintergrund. Er hat Pfer gewonnen, muss ich sagen jetzt. Ja. Außer die eine Aktion. Ja. Und ja, also, bis zum nächsten Mal. Ciao.